PrimoTrade oder PrimoTrade. Was ist das? Ist das Betrug? Haben Sie Geld investiert? Wollen Sie wissen, ob und wie Sie Ihr Geld wiederbekommen können? Dann schauen Sie sich diesen Film an und gehen Sie auf unsere Webseite. Dort finden Sie die ganzen Hintergrundinformationen, die ich Ihnen in diesem kurzen Film gar nicht geben kann. Hallo, ich bin Annika Anwalt-Jochen Resch. Thema PrimoTrade. Betrug aus der Karibik. Dort jedenfalls in Rousseau Valley ist diese Registratur der PrimoTrade. Aber dieser Antritt ist bekannt und Experten. Tausende und Abertausende von betrügerischen Unternehmen sind genau an dieser Stelle registriert. Wenn man die Antreste sieht, weiß man, dass es Betrug ist. Kein Cent von Ihrem Geld wurde jemals investiert. Es ist gleich in die Taschen der Betrüger geführt. Was können Sie also tun? Nehmen Sie erst mal dieses wahr und auf, dass es Betrug ist. Manche müssen nämlich da wirklich geweckt werden und gerüttelt werden, damit sie nicht immer noch mehr Geld anzahlen. Was kann man dann tun? Macht der Gang zur Polizei Sinn? Eine Stauberzeige? Nicht wirklich, weil eine Stauberzeige, sofern sie denn tatsächlich aufgenommen und verfolgt wird, führt im besten Fall eine Zuverschaffung der Täter. Nicht zur Wiederverschaffung des Geldes. Nicht primär jedenfalls. Wir verfolgen aber die Spuren des Geldes und das machen wir mit einigem Erfolg. Wollen Sie wissen, wie das geht? Dann rufen Sie mich an. Also 0308859770 oder besser noch füllen Sie den Fragebogen aus, den Sie auf unserer Webseite finden. Deswegen gehen Sie auf die Webseite. Fragen Sie den Link. Und dann bekommen Sie von uns eine kostenlose Einschätzung. Wir sagen Ihnen, ob wir den Fall überhaupt übernehmen können. Er muss hinreichende Erfolgsversichten haben. Wenn ja, was wir konkret machen und was es kosten wird. Mit dieser kostenlosen Einschätzung haben Sie dann eine Grundlage, auf der Sie sich selber entscheiden können, aufgrund von Fakten, ob Sie sich anschließen wollen und warum für Sie das der sinnvoller und richtige Weg ist. Also 1. 1. 3. 2.